Hm. Nutze den Abhang der Werkkette, um die Alien-Basis am Schwung zu holen. Aber gebt Acht am Eingang zum Energiespeicher. Blablabla, ja. Ah, und nach dem Rennen wird wieder mal gespeichert. Und dann knöpfen wir uns beim nächsten Mal den Boss vor. So, wie wir den anderen direkt schon davonfahren. Zum Glück kann man sich selbst mit den Teilen nicht treffen. Au! Aber dafür... Aua. Habe ich jetzt überhaupt wirklich... Ja, ich habe was verloren. Ich glaube im Bosskampf... Äh, im Bossrennen. Jetzt sage ich schon Kampf. Im Bossrennen muss ich dann wohl höllisch aufpassen, wie ich fahre. So, fahren wir erstmal in die Reparaturstation. Machen alles wieder ganz. Mach uns wieder ganz, Isaac. Mach uns wieder ganz... Ja. Sehr schön. Und das rockert und das rockert und... Nein, wo sind wir? Wo sind wir? Ah, shit. Ah, ich meine das nervt ein bisschen, wenn ich hier Lego Racer 2 mit Fraps aufnehme. Das ist... Alle 5 Minuten oder so... Immer so ist, dass plötzlich das Spiel sagt... Nö. Nö. Ich brauche erstmal meine Zeit, um mich zu erholen. Weil ich bin aus dem Jahr 2001. Nö. Doof. Windows 7 mag ich nicht. Nö. Nö. Und da denke ich mir immer... Verdammte Scheiße. Bowling! Hopp! Oder Fußball. Fußball, komm. Spielt ihr gern Bowling? Oder Fußball? Ja, Fußball wahrscheinlich mehr, Leute, als Bowling. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich mag diese Kurve nicht. Ja, mein Kühler, mein Kühlungssystem ist wieder intakt. So, und dann nehmen wir hier die Kurve. So, und jetzt machen wir eine Speedrunde. Die schnellste, die man hier je machen kann. Ja. Zumindest mit den Einstellungen mit Turbo und 6 Leistungsupgrades. Nur hier zu steuern, ist hin und wieder so schlecht damit. Nö. Unter eine Minute kriegen wir das aber, denke ich, schon hin. Nein. Nein! Ach, verdammt. Ja, jetzt... Jetzt wird es unter eine Minute wohl nichts mehr. Ach, Mann, wie nervig. Ja, lass dich nicht mehr lenken. Ach, komm schon. Schlitter, Schlitter, Schlitter. Ja, verdammt. Mäh. Soviel zum Thema. Wir schaffen das unter eine Minute. Ah, aber auch dieses Rennen haben wir fulluminant gelöst. Wir haben es fulluminant geschafft. Und der zweite Platz, der wird gleich sickig werden. So. Bzip. Auf zu Sparky. Dem Regenbogen-Lego-Steinen-Mensch. Hey, Kumpel, brauchst du Hilfe? Ja, ich möchte gern, wie gesagt, speichern. Denn jetzt haben wir schon 17.51 Uhr. Und an dieser Stelle sage ich auch wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und dann knüpfen wir uns den Boss in dieser Welt vor. Und ihr werdet sehen, dass dieser Boss ziemlich unfair ist. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego Racers 2. Spiel gespeichert. Tschüss. 诶. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 cocoa.